Hallo und herzlich willkommen zurück zu Call of Duty Black Ops 3. So ihr werdet mich jetzt in dieser Sequenz normal hören und in der nächsten habe ich mir so gedacht machen wir ein Game, wirklich eins und ich habe ja bei Ghost habe ich es so gemacht, ich habe es ja eben schneller ablaufen lassen. Jetzt werde ich das so machen, dass ihr das in Slow Mo seht. Das heißt ich werde die Geschwindigkeit verringern. Das heißt wir sehen uns dann gleich in Game wieder. Bis dahin, haut rein. So, das nehmen wir wieder zurück. Los geht's. Na wünsche ich dir nicht. Black Ops, Feuererlaubnis erteilt. So, mal gucken wie... Hä? Mo, ich kriege ein Assist für nix tun. Erwischt. Erwischt. Oh, nee. BAM,陽ゆu. BAM, BITCH. Oh, 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 oh. Ha ha ha! Mann, ist witzig. Hä? Saurab erledigt. Konterdrohne nähert sich. Bein ausgeschaltet. Saurab! Ich tu ja grad bescheiden schießen. Muss ich ehrlich sagen. Gucken wir mal. Falt am Boden. Konterdrohne nähert sich. 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 Und... Bis zum nächsten Mal. Ciao.